Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, eigentlich kenne ich deine Geschichte kaum. Weihnachten, Fest der Liebe und Besinnlichkeit und endlich auch mal etwas Zeit. Doch warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Das erklären wir in diesem Video. Weihnachten ist ein religiöses Fest, das jedes Jahr vom 24. bis zum 26. Dezember gefeiert wird. Um zu verstehen, warum, erzählen wir uns die Weihnachtsgeschichte. Es war vor langer Zeit, als eine Frau namens Maria ein Engel erschien und ihr mitteilte, dass sie bald ein Kind bekommen würde. Er erklärte, dass ihr Kind ein ganz besonderes sei, das Kind Gottes. Josef Marias Verlobter war skeptisch. Doch auch ihm erschien ein Engel und erklärte, warum Marias Kind so besonders sei. Zur gleichen Zeit wollte der Kaiser sein Volk zählen und forderte alle Menschen auf, in ihre Heimatstadt zu reisen. In Josefs Fall war das Bethlehem in Israel und so machte er sich mit Maria auf den Weg. In Bethlehem gab es allerdings keine Unterkunft. So brachte Maria ihr Kind schließlich in einem Stall zur Welt. In derselben Nacht erschien drei Hirten ein Engel, der ihnen von der Geburt des besonderen Kindes erzählte. Sie machten sich auf den Weg. Am Stall angekommen, sahen sie das Jesuskind in der Krippe. An Weihnachten feiern wir diese besondere Geburt. Jetzt kennst du die Weihnachtsgeschichte wieder und kannst sie deinen Liebsten am Fest erzählen. Wir wünschen dir frohe Weihnachten und entspannte Feiertage.